Das ist eine historische Strecke hier, das ist das letzte Überbleibsel des Metaspurennetzes hier in Wuppertal und wurde vor genau 50 Jahren, also 1969, von unseren Gründern gepachtet und durch uns wieder aufgebaut, sodass wir dann heute hier Linienbetrieb wie ein normales Straßenbahnunternehmen betreiben dürfen. Wir fahren im regulären Linieneinsatz jeden zweiten und vierten Sonntag von April bis Oktober. Und zusätzlich noch als kleinen Geheimtipp sind unsere Nikolausfahrten. Diese sind am diesem Jahr 7. und 8. Dezember, immer am nächstmöglichen Nikolauswochenende, wo dann die kleinen hoch in den Wald mit einem Erwachsenen fahren, eine kleine Überraschung und den Nikolaus vor allem treffen. Und zwar die Erwachsenen sind die Erwachsenen vor allem hier in Wuppertal. Und zwar die Erwachsenen sind die Erwachsenen des Metapiels. Die Erwachsenen sind die Erwachsenen profesor und diese Erwachsenen sind sie mit dem neuen Grundpohnen. Untertitelung. BR 2018